Eliseu. So, es ist jetzt nicht mehr lange zu spielen. Und vielleicht bringt jetzt dieser Eckball die Vorentscheidung. . Applaus Jetzt hat der Schiedsrichter abgepfiffen, sieben Tore sind auch genug, 4 zu 3 der Endstabler. Liebe Zuschauer, wir haben ein tolles Spiel gesehen, ich darf mich von Ihnen verabschieden, mein Name ist Manni Bräugmann, bis bald, tschüss. Und der Ball ist drin! Und jetzt haben Sie es, das Tor! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Das ist der Tor! Und was für ein Tor! Und Tor! Das ist der Tor! Das ist der Tor! Das ist der Tor!